Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt 3 Flussland hier in Transportiva. Heute kümmern wir uns um die Lebensmittelversorgung für ein paar mehr Städte als vorher. Nicht vier Stück, nein es sind glaube ich sieben Stück. Ich zähle mal nach. 1, wir verbinden Grothusen Krug, Kog, Grävenswiesbach, Weitersbach, Wallen, Steinwenden, Zudar und Bärbaum. Sieben Städte werden wir jetzt an diesen kommenden Umschlagplatz anschließen. Das Ganze werden wir wahrscheinlich hier platzieren. Wahrscheinlich werden die Bretter zuvor auch per Dings gemacht. Mal schauen, wobei wahrscheinlich eher in diese Richtung und nicht hier hin. Aber wir schauen mal. Ich starte mal wieder die Zeit und dann bauen wir uns mal hier so ein bisschen das ganze Konzept zusammen. Ich denke mal, dass das wirklich so unfassbar umfangreich ist. Wait a second. Wir haben ein bisschen hier gemacht. Okay, prinzipiell kommen ja hier nur sechs Stück an. Ja, hier kommen nur sechs Stück an. Dann machen wir auch direkt dann, das ist nur sechsgleisig. Aber halt auch auf volle Länge. Stimmt, wir brauchen jetzt ja nochmal hier jede Menge. Terminals. Sieben Stück an der Zahl. Hier noch wieder die große. Und da sind nicht alles. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir brauchen erstmal eine Linie für das Lebensmittel. Das Ganze sollte auch zweisprügig sein. Genau, wunderbar. Dann haben wir hier Lebensmittel, wir haben es nochmal genannt, glaube ich, das ist verkehrt. Ich glaube, es war GZ, der Zug Lebensmittel, Südwesten oder irgendwie sowas haben wir in den Dreh. Vielleicht später nochmal anpassen, wenn es verkehrt war. Genau. Genau, 23 Meter können wir gehen. Wir nehmen natürlich auch hier ungefähr die Farbe, die wir hier haben. Das müsste ganz unten sein, oder? Kann das sein? Ähm, die genau. Genau. Dann kaufen wir davon... Ich bin auch in Malzbauersicht gerade. Genau. Dann nehmen wir einmal hier einfach, wir klonen den danach noch. Dann brauchen wir irgendwo noch mal einen Wagen mit Getreide und 400 Lebensmittel fahren kann, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen sogar so einen gemischten. Auf 23 Meter können wir gehen, also wir haben hier das auf Kilometer, ne? Ähm... 4, 5... Ah, ist mal ein bisschen gemischter hier. Da sind wir wieder ausgeglichen. Dann können wir hiervon wieder 2 nehmen, hiervon ein, hiervon ein, hiervon ein, hiervon wieder 2. Dann haben wir immer noch ein bisschen was. Dann nehmen wir 3, hiervon, glaube ich. Jetzt bei einer hat sogar zu 4. Dann nehmen wir nochmal hier 2 von und dann sollten wir bei passend sein. Und dann klonen wir das Ganze noch für 28,3 Millionen. Und dann können wir die beiden schon mal auf die Strecke schicken. Und dann können wir gucken, wir haben hier Grothusenkoke. So, haben wir zumindest schon mal die Lebensmittelversorgung dafür. Dann machen wir es hier für Grothusenkoke. Müssen wir jetzt natürlich wieder mit dem Layer jetzt arbeiten. Aber wir müssen sowieso nochmal hier das Ganze ausbauen. Wir brauchen hier nochmal eine weitere Brusterstelle. Also wir müssen irgendwann nochmal die Linien überarbeiten. die Tage. Dann einmal hier hin und einmal hier hin und wieder zurück. Dann haben wir hier Grothusenkoke, war das so? Oder was noch mit G? G... G... Grothuststraße, genau. GS... Grothusenkoke. Lebensmittel. Für die Linie noch Busse, ich weiß zwar nicht, wo ein Depot ist, aber das werden wir dann bald sehen. Dann brauchen wir noch eine weitere neue Linie für das Ganze in Weitersbach. Weitersbach ist aber auch echt belastend. Was sollen wir denn jetzt hier was hinpacken? Ich würde sagen hier, da haben wir hier und da, weil hier so ein großes Gebäude ist. Hier hin und da hin. Dann nehmen wir das nächste. Grevens Wiesbach. Das ist jetzt Grevens Wiesbach. Dann machen wir mal die beiden hier. Gräven Wiesbach heißt es ja, und nicht Grevens Wiesbach. Dann eine neue Linie, die nach Wallen geht. Wallen ist halt auch krass schon hier weiterentwickelt. Hier die Range passt und dann nochmal hier, würde ich sagen. Dann fehlen uns nur noch drei Stück. Einmal nach Bärbaum. Dann nehmen wir einmal hier diesen Punkten, einmal den. Dann das Ganze nochmal nach Stein wenden. Wir müssen hier nochmal zur Abwechslung, nachdem wir hier alles für die Geschäftsgebäude haben, werden wir nochmal hier die ganzen, die ganze Buslinie und so weiter anpassen. Innerhalb der Stadt selbst. Wenn wir diese Bewerbung machen müssen. Oh, krass. So, dann haben wir jetzt hier Stein wenden. Da fehlt uns eigentlich nur noch zu da. Welche Range passt da besser? Ja, eine Besserheit erreicht. Sind sie da? Nicht die. Jetzt brauchen wir nur noch einen Punkt, wo wir das Ganze kaufen können. Also, wo wir Busse kaufen können. Ich glaube, in Wallen haben wir, glaube ich, was. Ja. Ich glaube, ich brauche 40 Tonne für Grothusenkurk in der Farbe in etwa. Ein Stück erstmal. Die Farbe ist sogar noch zu hell. Das müsste die sein. Glaube ich. Eins weniger. Dann machen wir weiter mit der Weitersbach. Wir brauchen erstmal nur fünf Stück immer dafür. Und dann haben wir uns Gräbenwiesbach vor. Gräbenwiesbach. Ich habe schon wieder geschlossen, ey. Dann Wallenlebensmittel. Müsste die Farbe sein. Lebensmittel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder ein Lebensmittel. Können wir uns gleich drum. Dann bräuchte ich das nochmal für... Ich bräuchte nochmal 40 Tonne für... Bärbaum. Dann haben wir noch zu da und Steinwänden. Das war jetzt zu da. Ach, Mist. Und dann fehlt noch... Steinwänden. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen schneller laufen. Müsste das sein. Genau. 50 Tonne. Das. Und dann die Farbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dinge zuweisen. Steinwänden, Lebensmittel. Ich habe noch ein paar Züge bei denen das nicht passt. Okay. Warum will das nicht bei der Birkenstraße nicht? Ich mache nochmal einen neuen Drop-off-Point. Einfach dort. Hier nach dann hier hin. Und jetzt läuft das auch. Wunderbar. Dann haben wir uns jetzt schon mal um die Versorgung, die Einkaufsmöglichkeiten von Lebensmittel gekümmert. Das heißt, wir kümmern uns dann in der nächsten... Also für den kompletten Nordwesten, wohl bemerkt. Für sieben Städte. Das heißt, dann kümmern wir uns beim nächsten Mal entweder um Werkzeuge oder um... Ja, wir sollen mal ein paar Zweifel fliegen mit einer Klappe dann, ne? Ich würde sagen, kümmern wir uns um die Warenzufuhr. Würde ich was sagen. Ich würde sagen, um die Werkzeuge würden wir uns kümmern. Dann machen wir uns ne Stahl-Lieferungsroute, so gesehen, ne Stahl-Tour. Und liefern dann das Ganze dorthin. Und produzieren dann... Äh, puh, wo produzieren wir das? Das ist ne sehr gute Frage. Irgendwo produzieren wir dann Stahl und liefern das dann aus. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann in der nächsten Transport-Fieber-Dreifluss-Land-Folge wieder. Ich hoffe, es stole rein. Also, den Malenfику-Land